so hi und hallo mal wieder wie ihr seht ich wurde so oft angefragt ich sollte doch bitte mal weitere sticker öffnen von euro 2016 aus meinem display was ich ja jetzt angefangen bin also mache ich das ich hole mal ein paar raus und schauen wir jetzt natürlich mal welche spieler oder sticker spieler ich hier drin finde und ihr postet mir natürlich auf jeden fall was ihr davon haltet wie ihr sie findet ganz egal was ihr könnt ihr und ihr sollte alles posten und vielleicht seht ihr hier auch ein paar sticker die ihr noch nicht habt dann wisst ihr schon mal wie sie aussehen oder worauf euch freuen könnt weil es gibt ja draußen doch so viele die die euro 2016 sticker sammeln ich habe eher mit gerechnet dass mehr die booster sammeln aber ich habe mich durch die kommentare und die e mails eines besseren belehren lassen und wer jetzt damit gerne anfangen möchte ich werde immer unter dem video verlinken wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt teilweise auch schon etwas günstiger aber müsste immer wieder mal reinschauen und wenn ihr die spieler hier länger genießen wollt müsste immer wieder auf pause drücken ich mache das etwas schneller dafür kann ich dann mehrere sticker booster öffnen oder euch mehrere spieler zeigen und an 22 kommen wir die updates karten raus oder update stickers raus werde ich natürlich hier auch präsentieren wenn ich sie habe aber ich werde mich bemühen so schnell wie möglich zu bekommen es sind glaube ich wenn mich nicht alles täuscht 84 stück insgesamt oder 64 ich meine aber 84 neue spieler update stickers müsste ja dann auch als booster dann soweit sein sind wir natürlich gespannt oder ich auf jeden fall ich werde es beides updaten hier so und wie ihr seht oder schon mit kriegt jetzt meine lieblings video zeit kommt jetzt kommt jetzt oder ist jetzt überschritten aber ich werde trotzdem noch ein paar sticker tüten für euch öffnen weil ihr so nach geschrien hat werde ich natürlich noch einige präsentieren ja ich sehe schon es sind auch ein paar motive dabei die ich noch nicht habe oder spieler die ich noch nicht habe aber man muss ja auch gespannt sein welche man überkleben muss denn ist oder ab den 22 um genau zu sein ja hier nach werde ich noch zwei sticker tüten öffnen dann ist definitiv meine zeit vorbei für heute mit den stickers euro 2016 also ist das hier das vorletzte sticker tüten und wie gesagt wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt werde ich immer unter dem video verlinken was ihr davon haltet oder wie vollständig ihr eure sticker album schon habt könnt ihr mir auf jeden fall posten es ist ja das gerücht im umlauf wenn man das sticker album voll haben möchte muss man fast 500 euro bezahlen und das ist schon eine riesen hausnummer also genießen wir jetzt lieber mal das letzte sticker tüten für heute was ich gerade geöffnet habe so das waren sie und wenn ihr noch mehr sticker tüten geöffnet haben wollt postet mir wieder ich habe noch einige in mein display drin und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu